Willkommen zu diesem Video von uns, der Nett-Reihe in der Mamm-Dde. Heute machen wir ein Video, wo wir euch mal so fragen, was wir so machen sollen. Weil wir sind komplett ideenlos. Deswegen kam auch so lang kein Video. Also es tut uns echt leid und wir wollen mal wieder ein bisschen aktiver werden. Also einfach in die Kommentare oder sonst wo runter schreiben, dass ihr Sachen, die ihr euch wünschen würdet, was wir machen könnten, was cool wäre, was schön wäre, was interessant wäre, was interessieren würde und was das selbe ist, wie interessant wäre. Egal. Vielleicht machen wir auch hier oben eine Abstimmung. Kommt drauf an, ob wir herauskriegen, wie das funktioniert. Vielleicht. Aber am besten ist einfach, ihr schreibt Hashtag, was wir uns wünschen, natürlich zusammengeschrieben, in die Kommentare und dann, was ihr euch wünscht. Yeah. Oder? Das ist gut. Yeah. Und jetzt noch Cringe, sonst wären wir nicht die 3 in Hörnern. Yeah. 3. Cringe-Time. 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 Yeah. Cringe-Time. Cringe-Time. Valvest. Bis zum nächsten Mal.